Mit Blick auf die kommende Saison hat die Astoria aber auch schon ihre Hausaufgaben gemacht. Roland Dickieser, der sportliche Leiter von Astoria Waldorf, ist bei mir. Herr Dickieser, ich habe es eben schon angesprochen, die Hausaufgaben wurden schon gemacht. Drei Neuzugänge sind schon offiziell vermeldet, auch drei Vertragsverlängerungen und vier Abgänge. Trotzdem sind wir schon am Ende dieser Transferperiode bei Ihnen oder wie es ja erschwert Corona momentan auch weitere Transfers? Also ich glaube, bei uns ist es nicht so wichtig, dass wir jetzt schon fertig sind. Wir planen einfach länger. Wir haben noch Zeit. Die Transferperiode geht bis Ende August. Das heißt, wir haben jetzt 20 Feldspieler und möchten noch ein, zwei Feldspieler dazuhaben. Die Begründung im Endeffekt ist, da wir mit einer 22-Mannschafts-Liga rechnen müssen, sollten wir vielleicht noch ein, zwei Spieler nachlegen. Was auffällt, die Neuzugänge sind alle auch wieder jung, wie der komplette Mannschaftsschnitt auch die vergangenen Jahre. Das heißt, man bleibt sich der Philosophie quasi wieder treu und setzt auf eine junge, hungrige Mannschaft? Richtig. Ich glaube, das ist einer unserer Kriterien, wenn wir Neuverpflichtungen machen. Die sollen jung sein, sollen hungrig sein und sie sollen hier aus der Region kommen. Das ist so der dritte Punkt bei uns. Alle Jungs sollten hier, sag ich mal, irgendwo im Rhein-Neckar-Raum, vielleicht in der Pfalz beheimatet sein. Und das ist so unser Beuteschema, um Spieler hier nach Waldorf zu holen. Lassen Sie uns trotzdem noch mal ein bisschen Schritt weiter auf die kommende Saison blicken. Wir leben ja in einer Zeit der ständigen Anpassung. September ist jetzt mal angedacht als möglicher Saisonstart. Das heißt, wann wird es ungefähr wieder losgehen mit Mannschaftstraining etc.? Ja, wir haben mal jetzt ein vorsichtiger Vorbereitungsplan erstellt. Wir gehen davon aus, dass wir wieder mit dem Training an den ersten Juli-Tagen beginnen. Dritte, vierte, fünfte Mal sehen. Wir gehen davon aus, dass das erste Spiel auch so um den vierten, fünften September, ich glaube die erste Bundesliga hat den elften September fixiert. Dann hätten wir sieben oder acht Wochen Vorbereitung. Ich glaube, das ist, was die Jungs abbrauchen nach dieser langen, langen Pause. Lassen Sie uns mal ein bisschen in die Glaskugel schauen. Was glauben Sie denn der Saisonstart? Ist der auch ohne Zuschauer möglich? Ist die Regionalliga Südwest bereit, ohne Zuschauer überhaupt zu existieren? Ich glaube, es ist für viele Vereine machbar, weil die Zuschauer nicht diese großen Einnahmen der Vereine bringen. Ich würde sagen, dass so Offenbach, die ein richtiger Zuschauer-Boom haben und richtige Fenster hinten und drei, viertausend Zuschauer, ich glaube, die brauchen die Einnahme. Aber es gibt viele Vereine, die nicht unter Profibedingungen wie wir in der Regionalliga arbeiten, ohne Zuschauer auskommen könnten. Dann wünschen wir hierfür viel Glück und hoffen auch, dass bald wieder Fußball gespielt wird im Dietmar-Hopps-Sportpark. Auch das hoffen wir und freuen uns auf die richtigen nächsten Spiele mit Zuschauer. Dankeschön.